Du hast auf einer Webseite was Interessantes entdeckt und willst es gleich vertwittern? Ich habe da was. Und zwar gehe ich hier auf diesen Reiter Tweet Snapshot. Dann ziehe ich mir... Jetzt erscheint gleich ein Feld. Da steht schon die URL drin. Da tippe ich jetzt noch ein, meinen Text. Ich sage da... Stell-Kanz-Super-Git-Repositori. Und dadurch sage ich OK. Und das müsste auch schon gewesen sein. Wenn ich jetzt zu Twitter gehe und mir die Seite reloade... Dauert einen Moment. Also Twitter ist gerade nicht der schnellste. Was soll ich dazu sagen? Also das basiert auf diesem OpenWiz Option. Und das ist eine Extension für den Firefox. Da kann man eigentlich andere Browser starten. Zum Beispiel den Falcon. Aber man kann auch Spezialanwendungen starten. Zum Beispiel YouTube Download oder Tweets Snapshot. Oder eigene Bash-Skripte oder so. So, dann kann man auch den Chrom starten. Jetzt gucken wir mal. Also jetzt müsste ja eigentlich was angekommen sein. Da ist es. Hier... Hier ist es. Warum das jetzt so lange gedauert hat, das liegt an Twitter und nicht... Und nicht an mir. Danke.